Hallo, in diesem Video mal wieder Fakten, Fakten, Fakten und an Google denken. Ich weiß, kommt in letzter Zeit öfters vor, aber nur, weil es so viele Fakten gibt. Es geht auch direkt los. Mozilla oder Firefox kickt Google als Standard-Suchmaschine, jedenfalls in den USA. Dass Google den Firefox bis vor kurzem jahrelang in der Regel zu über 90% finanziert hat und ihn damit erst möglich gemacht hat, haben wir bereits in einem anderen Video gezeigt. Aber genauso kam es mit Ankündigung, dass Google den Firefox nun nicht mehr so dringend braucht. Mit dem Google Chrome hat man praktisch ein Konkurrenzverhältnis aufgebaut. Nun also der nächste logische Schritt. Firefox sucht sich einen neuen Finanzierer. Yahoo hat wohl allerdings nicht so viel Geld rausgerückt, um sich die entsprechenden Rechte weltweit zu sichern. Oder Yahoo will erst mal wieder in Amerika groß werden. In Deutschland bzw. in der deutschen Version von Firefox ändert sich an der Suchmaschine, an der Standard-Suchmaschine jedenfalls nichts. Das nächste Thema noch mal Firefox. Vor einiger Zeit hatten wir in einem Video bereits vorgestellt, dass Firefox als Finanzierung Werbevorschläge auf der Seite der neuen Tabs anzeigen möchte. Hier jetzt beispielhaft mal hier unten gezeigt. Kriegt man dann Anzeige dazu noch angezeigt. Daraufhin gab es damals einen regelrechten Sturm der Entrüstung. Also nicht wegen unseres Videos, sondern weil die Werbung angedroht wurde. Daraufhin machte Firefox einen Rückzieher. Haben wir ebenfalls damals in dem Video gezeigt. Jetzt quasi der Rückzieher vom Rückzieher. Über Nacht und Nebel wird das Ganze nun doch eingeführt. Da darf man also gespannt sein, ob nun nochmal der große Sturm einsetzen wird. So tragisch ist das Ganze am Ende allerdings doch nicht. Ich habe das zwar jetzt hier mal eingeblendet, funktioniert aber nur in Anführungsstrichen, weil ich das Ganze über ein neues Profil realisiert habe. Wenn Sie schon mehr als sechs Seiten vorher geöffnet haben, dann sehen Sie das Ganze gar nicht, denn dann stehen hier die entsprechenden sechs Seiten. Habe ich jetzt hier aber noch nicht gemacht. Das heißt, den entsprechenden Eintrag sehen scheinbar nur wirkliche Erstnutzer. Nächstes Thema. WhatsApp will verschlüsseln. Jahrelang immer wieder in der Kritik dafür, dass die Nachrichten nicht nur von Hinz und Kunz mitgelesen werden konnten, auch konnte man sich für andere ausgeben und Nachrichten in deren Namen schicken. Alles, was unsicher war oder ist, WhatsApp hat es gehabt. Jetzt will man das alles hinter sich lassen, denn jetzt will WhatsApp, die inzwischen zu Facebook gehören, verschlüsseln. Und auf dem Papier hört sich das auch durchaus gut an. Geredet wird von sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, es wird eine verschlüsselte Leitung zwischen meinem Handy und dem Empfänger erstellt. Und zwar in einem durch. Das heißt, da würden dann nicht nur die gewöhnlichen Lauscher nichts mehr mitbekommen, auch WhatsApp selber würde nichts mehr mitlesen können. Was bedeutet, keine Informationen, um das eventuell für die Werbung zu nutzen. Wenn Sie sich jetzt fragen, gibt es eigentlich auch eine Nicht-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Ja, gibt es auch. Tolle D-E-Mail-Projekt und ich glaube, die Post hat auch noch so eine E-Mail-Verarme im Angebot. Da wird eigentlich nur von Ihnen zum entsprechenden Anbieter-Server quasi die halbe Strecke verschlüsselt. Dann wird das Ganze entschlüsselt, damit jeder drüber rutschen kann, ist ja klar. Und nachdem jeder drüber gerutscht ist, wird es wieder verschlüsselt und dann an den Empfänger geschickt. Das ist dann wohl Sicherheit made in Germany. Aber machen Sie sich da mal keine Sorgen, Sie sind halt Terrorist. Insoweit muss da auch alles durchsucht werden. Das ist alles völlig normal. Ob WhatsApp dann mit dem nächsten Update auch wirklich hält, was Sie versprechen, also ob das auch wirklich alles so sicher ist, wie Sie es versprechen, das wird die Zeit dann wohl erzeigen. In einem anderen Video hatten wir bereits schon mal über den Reinfall Leistungsschutzrecht in Deutschland gesprochen. Link natürlich in der Beschreibung. Kurzfassung war, dass die Zeitungen inzwischen Google das kostenlose Nutzungsrecht eingeräumt haben. Ein großer Vorteil für Google, denn die Konkurrenten müssen wirklich alle zahlen, nur Google halt nicht. Und das hat, wie zu erwarten war, die Kartellbehörde auf den Plan gerufen, die jetzt natürlich gegen die VG Media ermittelt. Logisch, denn entweder alle bekommen kostenlose Nutzung oder keiner bekommt kostenlose Nutzung. Jedenfalls nicht nur der Platzhirsch. Also doppelter Clusterfuck made in Germany. Weiter geht es mit Google muss vergessen. Hatten wir auch schon einige Videos zu erstellt. Links natürlich alle in der Beschreibung. Seit gut einem halben Jahr kann man bei Google einen entsprechenden Antrag stellen, damit ein entsprechender Treffer nicht mehr eingeblendet wird. Quasi nicht mehr gefunden wird. Quasi vergessen wird. Inzwischen sind fast 180.000 Einträge eingegangen, die sich auf über 600.000 verschiedene Treffer beziehen. Jetzt hat sich die sogenannte Artikel 29 Gruppe wieder gemeldet. Das ist quasi der Datenschutzbeauftragte der EU. Bis jetzt hatte man sich ja immer noch darüber lustig gemacht, dass das ganze Ausblenden der einzelnen Ergebnisse eigentlich nichts bringen würde, weil man ja zum Beispiel auch über Google.com suchen könnte. Und dort würden die entsprechenden Treffer dann natürlich noch erscheinen. Nun, zumindest noch, denn die Artikel 29 Gruppe hat nun ihre Meinung zum EU-Urteil kundgetan. Darin bringt sie zum Ausdruck, dass dem Urteil nur Folge geleistet wird, wenn der Nutzer die Sperrung nicht umgehen kann. Ergo, Google muss die Sperrung auch auf Nicht-EU-Seiten durchführen. Also weltweit. Also auch auf Google.com. Google sieht das natürlich anders. Wobei natürlich klar ist, dass das Ganze hier nicht nur Google betrifft, sondern eigentlich alle Suchmaschinen, also auch Bing. Ich sehe mich jetzt schon mit der Russen-Suchmaschine suchen, weil die Russen ja für Offenheit bekannt sind. Genau. Kommen wir zum letzten Thema. Mit Regen ist ein neuer Super-Trojaner entdeckt worden und alle haben gleichzeitig gerufen, alt... so ähnlich wie unter unseren Videos. Regen ist laut Semantik schon älter, treibt seit ca. 2008 sein Unwesen. Sogar die Telekom hat sich gemeldet und gesagt, dass sie den Virus bereits vor Jahren gesichtet hätte. Aber natürlich sagt man das niemandem, denn man will ja niemandem in die Suppe spucken. Regen hat als primäres Ziel wohl Behörden und Unternehmen. Also das, was bisher immer verneint wurde. Nein, nein, Wirtschaftsspionage, das würde man nicht tun. Jetzt ist also die Frage, wer hat ihn denn nun programmiert den neuen Super-Virus? Experten sind sich natürlich einig. Genauso komplex wie Flame, Doku oder Stuxnet, das kann nur eine Regierung bewerkstelligen. Wahrscheinlich die NSA. Halte ich auch durchaus für glaubhaft, wer durch die gedrosselte Leitung der Telekom kommt, der muss wirklich gut sein. Egal. Zu dem Thema hat sich unlängst auch noch ein Ex-Mitarbeiter der NSA gemeldet. Er war 17 Jahre bei der NSA und durchaus in gehobener Position, also nicht etwa Chief Toilettenfrau oder ähnliches. Er meinte, als normaler Nutzer braucht man sich keine Sorgen zu machen. Die Geheimdienste haben nicht unbedingt unendliche Möglichkeiten, verschiedene Trojaner auf jedem Rechner zu platzieren. Und da wird man ganz sicher nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Deswegen also braucht sich der normale Nutzer kaum Sorgen machen, dass da ein hochentwickelter Trojaner auf seinem Rechner werkelt. Das ist nicht unlogisch. Die Entwicklung solch eines Trojaners, die ist nicht billig. Und die verschwenden nicht so viel Geld für irgendwelche Halbperversen, wie meine Kollegen. Wenn sie natürlich nebenberuflich mit angereichertem Uran handeln, dann wäre eventuell der ein oder andere Scan angebracht. Auf der anderen Seite das Übliche, wenn man nichts zu verbergen hat, dann braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Das stimmt auch nicht so wirklich. Denn Regen hier wurde unter anderem auf dem Rechner eines Kryptologen gefunden. Also jemandem, der sich um Verschlüsselung kümmert. Jetzt auch nicht gerade wirklich strafbar, die Geschichte. Jedenfalls noch nicht. Insoweit bleiben wir also wieder nur mit der Frage, inwieweit man das überhaupt alles glauben darf, Schrägstrich glauben kann. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal.